Hallo Fans & Friends von draußen sein, mein Name ist André Dörk. Heute beschäftigen wir uns wieder mit Buschkraft-Skills und zwar bauen wir uns einen Packrahmen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran. Das Material, was wir für unser Packrahmen benötigen, habe ich uns schon mal besorgt. Und zwar brauche ich genau drei Hölzer. In meinem Fall habe ich mich hier für Haselnuss entschieden, weil ich das genug bei mir im Trainingswellchen stehen habe und das eh zurückgeschnitten werden muss. Zwei Stück von diesen Hölzern sollten ungefähr der Armlänge entsprechen, um ein Maß zu haben. Und ein Stück, das wird unser Rückenteil, sollte ungefähr zwei Handbreiter sein als euer Rücken. Ich werde die Enden jetzt vorbereiten und abflachen und wenn ich damit fertig bin, hole ich euch wieder dazu. So, ich habe unsere Hölzer-Vorbereitung schon mal so hingelegt, wie wir sie gleich zusammenbinden werden. Das sind einmal die beiden Seitenteile, die habe ich hier oben abgeflacht, damit sie nachher so beieinander passen. Und ich habe sie jeweils unten abgeflacht, damit sie hinterher nicht verrutschen. Dasselbe habe ich natürlich auf beiden Seiten des Rückenteils gemacht. Zum Binden benutze ich einfaches Parakord. Zuerst bin ich die beiden Seitenteile oben zusammen. Dazu nehme ich mir einfach so ein Stück Parakord, gehe einmal durch. Gehe hier einmal, zweimal, dreimal durch die Schlaufe. Ziehe das Ganze schon mal fest. Das haben wir schon mal vorfixiert. Dasselbe mache ich mit den beiden Enden. Jetzt haben wir unseren zukünftigen Packrahmen schon mal grob fixiert. Und nun mache ich die restlichen Knoten und ziehe das richtig fest, damit das auch was aushält. Ich habe alle meine Bänder fixiert. Nun geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Unser Packrahmen ist soweit fertig. Er braucht noch Befestigungsmöglichkeiten für das Gepäck. Und die fertige ich jetzt auch aus Parakord an. Dazu nehme ich einfach so ein Stück Parakord, mache am Ende einen Knoten rein, dass ich so einen Loop habe. Und diese Loops befestige ich ganz einfach so an meinem Packrahmen. So können wir natürlich immer noch nicht unser Gepäck transportieren. Dafür benötigen wir jetzt entweder unsere Baumarktplane oder halt unser Tarp. Das Tarp habe ich schon gefolgen. Das lege ich hier einfach drauf. Und darauf können wir jetzt natürlich unser Gepäck positionieren. Das Ganze geht wie folgt weiter. Ich schlage die Seiten ein. Ich schlage die Unterseite hoch. Ich schlage die Oberseite drüber und die Reste einfach hier so drunter ein. Nun befestige ich mein Gepäck auf dem Packrahmen. Sichern tue ich das hier oben mit einer ganz einfachen Schleife. Und schon haben wir unser Gepäckstück fertig. Fehlt noch die Beriehmung. Ich habe immer ein Schemack dabei und daraus stelle ich einfach die Riemen her. Es ist viel gemütlicher. Es schneidet nicht so in die Schultern ein, als wenn ich Parakord verwenden würde. Zum Befestigen nehme ich wieder Parakord. Damit mir die Enden hier unten nicht abreißen, mache ich mit dem Parakord eine Schlaufe. Führe das Ende meines Schemacks durch. Ungefähr so ein paar Zentimeter. Ziehe das zusammen. Lege dann das Ende hoch. Und sichere das Ganze hier mit einem halben Schlag. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Also, wir bilden eine Schlaufe. Führen das Ende unseres Tours durch. Ziehen es fest. Legen das Ende rüber. Das mache ich hier mit dem Parakord. Das lege ich quasi so nochmal zur Schlaufe. Führe das Ende hindurch. Und ziehe es fest. Mache ich hier nochmal eine Schlaufe. Führe das Ende hindurch. Und ziehe es fest. Die Knoten werde ich gesondert nochmal in einem anderen Video zeigen. Jetzt befestige ich hier unten dieses Parakord noch am Packrahmen. Und fertig ist mein Tragegestell. So, wie ihr sehen könnt, mein Packrahmen ist fertig. Lässt sich sehr angenehm tragen. Das Tab ist auch so gefaltet, dass bei Regen nichts reinlaufen kann. Wer weite Strecken zurücklegen möchte, könnte sich jetzt hier das Ganze mit einem Stück Parakord noch zusammenbinden. So lässt sich der Komfort noch weiter steigern. Fertig. André. Das ist der Komfort. Und dann ist es der André. Vielen Dank.